Im Rahmen eines Austauschprojekts sind 13 Schüler des Herder-Gymnasiums Schneeberg nach Peru aufgebrochen. Einen Monat lang werden sie dort in Gastfamilien leben und gemeinsam mit peruanischen Schülern die Deutsch-Peruanische Schule Alexander von Humboldt besuchen. Außerdem steht ein Besuch der heilpädagogischen Schule St. Christopherus in Lima an. St. Christopherus bietet Schülern, welche durch Behinderungen geprägt sind, Ausbildungsmöglichkeiten und Therapieangebote an. Die Peru-Gruppe hat dafür extra Bastelmaterialien gekauft und vorbereitet, um mit den Schülern vor Ort manuelle Tätigkeiten auszuüben. Begleitet werden die Gymnasiasten von zwei Lehrern. Einer von ihnen ist Projektleiter und Organisator Holger Männisch. Im Januar 2015 werden dann peruanische Schüler nach Schneeberg ans Herder-Gymnasium kommen. Das Schüleraustauschprojekt wird nun schon zum dritten Mal durchgeführt und von Bund und Freistaat Sachsen gefördert.